Herzlich Willkommen auf Panko Blog und es ist so weit, wir spielen Star Wars Battlefront und ich bin so aufgeregt, willkommen zu Star Wars Battlefront Beta, ok machen wir Multiplayer, Mission, kann man schon Mission spielen, ich würde sagen dann machen wir erstmal kurz eine Mission, Battles Survival, boah das hört sich, boah das ist so cool, Survival Tatooine, normal, Singleplayer, boah das, Jungs und Mädels, ich habe mich so lange auf dieses Game gefreut, ist auf jeden Fall schon bestellt, auf jeden Fall auf unserem Kanal wird ganz viel von Star Wars Battlefront kommen, da könnt ihr euch mal sicher sein und ich hoffe die Musik ist nicht zu laut, das wäre nicht so gut, Survival Tatooine, after a daring escape from am, dann halt nicht, ok, oh so geile Waffen, oh die sieht krank aus, Blast Arrival, Hands Start, Woah Alter 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 Scheiße Wie geil Oh Äh Kann ich irgendwo Einstellungen? Halt dein Maul Scheiße, das ist ein Problem, ich spiele immer mit Maus umkehr, jetzt habe ich hier keine Maus umkehr, das war meine Flasche, ich muss mich umgewöhnen, ok, Junge, lad nach, hab ich unendlich Munition? Oh mein Gott, no scope Kacke Das ist geil Das ist richtig geil, man Okay, sie kommt Was, Heavy Blasters? Ich will keine Heavy Blasters, die normalen sind schon scheiße Oh mein Gott Wow, das ist geil, das Game Diese Blaster, das sieht aus wie so ein Laser-AK-Gewehr Oh mein Gott Wow Geil, das Spiel ist geil Okay, okay Da landet irgendwas Oh scheiße Was soll ich machen? E Was? Jetzt kommt noch so ein AT Wie heißt denn der Teil? Ich hab's vergessen Woah, 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 woah Hab ich Granaten? Ah Ah, 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 ah Liebe, liebe, liebe Nicht sterben, nicht Oh mein Gott Ich würde vom ATS-T gekillt Okay, jetzt nehm ich Oh mein Gott Ich hab voll daneben geballert Ah, okay Wir können auch So zocken Ah Eins, 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 eins Eins, eins, eins Los, los, los Nein Ich hab mich selber gekillt Scheiße Don't give up Ich giff nicht ab Oh mein Gott Ich glaub ich doch Alter, was ist das jetzt? Ich muss immer noch diesen ATS-T besiegen Wo ist das? Yeah Yeah Hier irgendwo ist ein Herz Herz Was? Snipers? Oh nein Ich will keine Snipes in meiner Area Oh Oh Boah Das war ein Sniper Yeah Boah Das Spiel ist so brutal Juch Juch Der hält viel aus Yeah All clear Wann hab ich's geschafft eigentlich? Noch ne Welle Ach, sechs Wellen geht's Okay Schaff ich Hup 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 Woah Das war krank Okay die kommen hier hoch Jo, die übertreiben krank Lad dein Leben auf, lad dein Leben auf Yes, ich habe euch alle zerfickt Ich kann nur sagen, das Game ist Das Game ist eines der allergeilsten Games, die ich jemals gespielt habe Eines der allergeilsten Beta-Games Scheiße, ich kann mich nicht mal erinnern, dass die Beta von Hardline mir so krank Spaß gemacht hat Nein, nicht schon wieder so einer Oh mein Gott Sniper Oh mein Gott, Molly, Molly Oh mein Gott, ich habe mich fast selber umgelegt Nein, nein, nicht sterben Steine Okay, letztes Mal, letztes Mal Yeah 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 Arm in the JBL 44 Kills 14 Headshots 8 Minuten gezockt Ich kann nicht sagen, außer, dass dieses Spiel hammergeil ist Ich bin richtig fasziniert, ich bin eh so ein Star Wars Freak, aber das Spiel, so ballert hätte ich nicht gedacht Also, geilstes Spiel, geilste Beta meine ich also Ladet euch das Spiel auf Origin runter, wenn ihr einen Account habt, macht es wirklich, es ist es wirklich wert Ich meine, es ist eh gerade, also, so, ich hoffe, das Video hat euch gefallen In der Videodescription gibt es wahrscheinlich dann noch mehr Videos davon Wenn es euch gefallen hat, down nach oben, abonnieren, favorisieren, bis zum nächsten Mal